Wie sollen denn Politikerinnen und Politiker eigentlich mit dem ständigen Krisenmodus umgehen? Wie können sie verantwortungsvoll agieren und umgekehrt, was sollten sie keinesfalls machen? Ich kann mich erinnern, dass Sie sich auch mehrmals sehr kritisch zum Thema Populismus, das haben Sie auch in der Sendung zum Thema Populismus und Parteitaktik geäußert haben. Ich glaube eben, dass Krisen nicht der Zeitpunkt sind für populistische Maßnahmen und dafür, dass man zuerst auf die Umfragen schaut. In diesen Phasen, wo es um die Krisen geht, da muss man zusammenhalten und da muss man auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger schauen. Die Probleme sind ohne dies so brutal und so schwierig zu lösen, dass man das nicht in einer Situation lösen kann, wo man so wie üblich gegeneinander agiert. Und ich glaube, das erwarten sich die Bürger und Bürgerinnen, dass es dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenstehen gibt und dass man da lieber auch Maßnahmen macht, die vielleicht weniger populär sind, und die kein Plus in den Umfragen darstellen. Es geht nicht immer um Umfragen. Politik ist doch dazu da, dass Probleme gelöst werden. Und gerade in den Krisen muss das die Priorität haben.